Das technische und EDV-mäßige Know-how ist ja wahnsinnig umfangreich. Und wenn man da so als blutjunger Anfänger damit konfrontiert wird, ist das alles nicht ganz so einfach. Ich mache bei der Smartphone-Sprechstunde mit, weil ich merke bei meinem Großvater zum Beispiel, dass der auch Probleme hat mit dieser neuen Technologie. Und es vereinfacht halt einfach die Kommunikation, vor allem auch mit der Familie. Und es ist natürlich immer schön, wenn man Fotos von seinen Enkelkindern bekommt oder so. So, tschüss, wir schreiben uns. Hallo, tschüss.